So und jetzt hier die Übung, wie man den Beinheber und die Bauchmuskulatur auch trainieren kann, wenn man es noch nicht mit gestreckten Beinen kann. Ganz einfach, ich lasse es mal laufen, man sieht es mit gehockten Beinen. Je höher man die Beine hebt, umso mehr wird der Bauch mit trainiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Gut, ja, was ich noch nicht gezeigt habe, ich deute das mal hier an, grundsätzlich bei jedem Mal anstrengend immer ausatmen. Ich gucke mal auf meine Backen hier. Na, wieder nicht. Nochmal, also immer wenn ich etwas Anstrengendes tue, wenn ich also die Beine hebe oder irgendwie den Muskel, also kontrahiere, zusammenziehe, ausatmen, hier gucken. Ich mache extra mal, ich habe mich schon so angewöhnt. Ausatmen beim Anstrengen, einatmen bei der anderen Bewegung.